Ich möchte feststellen, dass Sammy einfach frech behauptet hat, dass ich mitgetrunken hätte, obwohl ich es ihr verboten habe. Stimmt nämlich nicht. Der war der erste, der voll ist. Ich wollte gerade sagen, Gretel kam nämlich schon betrunken in den Steamspeak rein. Damn. Ich habe gestern schon wieder wie so ein Achtarmiger mir einen reingeorgelt mit Gerhard. Gar keine Knife-Round. Irgendwie schade. Ich muss gleich den Stream-Sniper-Schutz anmachen. Und... Oh, einer close. Da kommt, da kommt. Sammy. Schnell weg. Ich muss weg. Stop mit deiner. Ja, warte. Wähle dich mal für dich. Stop, komm. Ja. Oh, nee, der stopt mit noch. Stop, probieren. Ich muss breaken ein bisschen. Yo. Ich weiß nicht, ob der was genascht hat. Vielleicht hat der ein bisschen durch die Smoke. Möglicherweise. Sind da alle? Beiner. Zwei mindestens. Okay. Drei. Zwei. Na, ich komme rüber. Oben. Ich komme. Vielen Dank für den... Ich habe heute gar nichts. 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 Und willkommen im Stream. Okay. Selbst du bekannt? Babyside. Wo ist der durch? Deswegen blinkt es so. Ich wollte gerade abdrücken! Das fühlt sich mich jetzt bewegen. Ja, ist das German. Hör mal, wirklich. Wann war den Hof? Vor allem? Mitte unten hat Lob, der Häschen ist tot. Ich bin Klaus. Lass mich mal auch entgegen. Oh, Apps ist drin. Vielleicht, weiß ich nicht. Okay, zwei jetzt. Wir kommen hoch, zwei waren mindestens. Ja, zwei. Lecker schmecker. Lauf zurück, glaube ich. Hört ihr mich recht ins Sange? Lang durch. Auf A. Nice, Library. Hat einen Hit. Library. Aua, Aua! Mensch, Jan, natürlich kann der laufen. Könnte er nicht laufen, würde er im Rollstuhl sitzen und quatschen. Ja, ich dachte, ihr seht's. Ich dachte, ihr seht's so was am Anfang. So was, wie weißt du. Oh nein, der geht direkt, zieht die Einer. Vorsicht! Der hat... Das ist ein Löch. Das ist ein Löch. Das ist eine sehr gute Sprache. Ja, ich mein, kann nicht laufen. Demi, wenn du schießt, werfe ich den Ate direkt um die Ecke. Oh, der kommt! Zwei! RANDOMAT durch die Smog. Topnet hoch, Alter. Ich hab keinen Bock. Ich guck Demi. Hier. Schaut einer. Banane ist klein, äh, clear. Banane ist klein. Och man, Digga. Pizzat low. Komm, die holen wir. Die holen wir Demi. Glücklicherweise oben. Schaut, Schaut, Schaut. Ich hab null Ame, der Half-HP. Schade Demi. Ich hätte den Half-HP müssen aber. Fuck! Das war übrigens das, was ich vor kurzem nicht sagen wollte. Am Freitag war's glaub ich. Wissst du noch? Das war doch auch das High-Game oder was du sagst? High-Game auf Entfernung. Und ich wollte genau das anmerken. Da lief es nämlich auf einmal und ich wollte sagen, wie wir auf euch oft nach der vierten Runde verloren haben. Komm mit den die? Komm mit den die? Komm mit den die? Ja. Ich fag' trotzdem hier, falls einer mit der Bombe da auf B gehen will. Wenn ich in der Rechtsbleck muss, treffe ich nicht. Auf keinen Fall. Vielleicht auch? Bombe down. Ah, nice. Ich komm. Was meinst du denn mit Zählt? Also ist das richtig? Meinst du das so, wie es geht? Äh, Wetten sind an für zwei Minuten. Bitte schön Wetten sind an. AKs, Ts, da ist es. Und schon geht es mir wieder gut, ne? Also ich habe vorhin echt noch richtig Magenkampel gehabt, aber... Entweder geht es jetzt nicht, weil ich auf Arbeit bin und dann ist es einfach nicht vorhanden. Oder ist es überstanden? Kann auch sein. B, oder? Ich habe eine Ahnung, ja. Ah, fuck. Der war wieder geduckt, ich kann nichts machen. Ich habe den Ball genießen, ja. Wow, wow. Da kommen zwei. Ich habe nicht gepegelt, nee, nee, nee. Demi ist arschlaut. Demi, Achtung, B! Morgen wurde sich auf jeden Fall von Yakuza zum Geburtstag gewünscht, dass wir wieder Satisfactory spielen. Also Yakuza, meine Wenigkeit, Grockel. Wer hat das was gehabt? Weil noch ein paar, die es gehabt haben, glaube ich. Demi, ich hole wieder IP. Jo. Kannst du ihn wieder holen? Alter, ich hasse es bei mir. Der ist close, der ist close. Der ist direkt... Er kommt um die Ecke und croucht sich hin und ich kann... es geht einfach nicht. Er gibt mir sofort Nightsham. Hat er auch angesagt, genau. Sehr, sehr schön. Ich habe eine AWP übrigens bei... Banane, direkt beim K liegen. Also du hast ja genug Zeit, Banane K, AWP. Er hat auch schon, er hat auch schon. Ah, du hast schon. Alles gut, du musst dich noch eine zweite holen. Demi, ich weiß nicht, ob ich nochmal vorgehen will. Obwohl, also wenn ich molly close up, dann gehe ich nochmal vor, okay? Okay. Spawn war auch ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob der close ist, keine Ahnung. Demi, ich weiß nicht, ob der das geschafft hat. Kannst du schieben, wenn du Bock hast? Okay, dann gehe ich jetzt mal weg. Okay, cool. Da ist einer, ne, bei dir, Demi. Einer Boy da. Oh, Top-Heads. Long habe ich jetzt keinen gesehen. Er könnte natürlich mit Timelack durch Arsch durchgegangen sein. Da wirst du... Ja, er ist durch Arsch durch, kleiner Time Boy. Ja, ihr könnt doch komplett warten. Demi ist ja auch da. Waffe bekommt? Also, ich würde bei dem nicht reinpicken mit seinen komischen... Ah, das ist der gar nicht. Der Darwe ist der, der mir immer diese Shots gibt, ne? Verfolgungsjagden mit Cops bis zu 16 Leuten. Neue Renn-Tuningwerkstatt mit günstigen Tunen. Neue Missionen. Wer dreimal in den Top-3 kommt beim Rennen, bekommt ein Stratis-Auto. Wöchentlich neu. Karmetalle. Dort kann man tunen, Wagen testen, neue Kleidung kaufen. Okay. Weiß ich nicht, weiß ich jetzt nicht, ob ich das gut finde. Ich glaube, also, ich finde das nicht gut, wenn ich du wär. Ey, sag ich sie auch. Würde ich ihm schreiben. Würde ich ihm, glaube ich, privat. Äh, okay. Okay, Demi. Demi gibt mir immer so, so krasse Anweisungen. Wir pushen mal rein. Und werden die Rechnung so. Geh dich aus. Geh dich aus und push rein. Keiner. Niemand. Null. Ich flash tief. Äh, smoke tief mal. Okay. Du kannst vielleicht flashen und dann reingehen. Ja, mach ich. Genau. Passiert schon. Okay. Okay. Ich geh mit dir. Zeitloog. Schatz unter dem Dach kann stehen. Ah, er ist auf Long. Long in der Ecke. Long im Zweifel. Da kommt jetzt Short. Short kommt der andere. Ah, ich bin da. Nice, sehr schön. Jetzt bin ich nervös. Scheiße. Jetzt kommt Biene zu. Vorsicht. Nee, das gibt's nicht mehr Lust. Bin ich von der FL. Oh, oh. Biene. Divater Reißer. Wieder ganz emisiös hier, ne? Nice. Aber meint der Schiff. Oh. Was ist denn? Jetzt da ist auch. Flash hinter dir. Ah, Bombe bei euch. Ich komm rüber. Sehr schön. Zieh durch und werd nicht zum Yakuza. Ich bin jetzt übrigens eineinhalb Wochen. Rauch frei. Camion. Nice, man. Ich bin stolz. Wenn Stiesel keine 30 Kills macht. Läsch ich den von der Fil. Spoke. Kann ich vorher flaschen, wenn du da rein wolltest? Nee. Ja, lass. Bleib lieber hinten, oder? Nicht, dass du jetzt die Runde wegschmeißen. Wegschmeißen. Wann? Dieser haarige kleine stinkt. Einer B. Oh mein Gott. Bombe hier. Ja, der ist immer noch. Ich kriege nicht klicken. Ja, ja, ich bleib jetzt weg. Das ist doch eh den. Ja, das ist der Kerl, der immer Headshots drückt. Da hab ich keinen Bock. Cool. Ah, der ist sehr schön, sehr schön. Der will nicht. Wörtern. B. Au. Einer bei B. Die Smoken was. Ich zieh rum. Ich geh jetzt hier drüben hin, ja. Boah. Ja. Ich hab keine Pläne. Kriege nicht. Ja, ist cool. Ja, und die andere AWP ist vor. Noch vor B halt. Ich bin seit neun Jahren rauchfrei, also geht. Aber ein Freund von mir hat nach 14 Jahren wieder angefangen. Ähm. Joa. Ich könnte... Achso, wir haben ja eh Geld. Nee, halt. Nee, Stiko hat keinen Goyle. Aber Nasty ist die Gly Hero. Der macht das. Oh Gott. Äh. Hä? Hä? Ich hab Buffen gesquatcht. Aber... Das ging echt in meinen Arsch. Aber heftig. Flash B. Oh, fuck. Der ist schon da. Ich fand mich vor eben wieder. Das ist super. 20 Pool. Okay. Na, er ist oben auf dem Kack. Scheiße. Die warnt dann, alter. Beim Stehen. Nice. Oben, oben, oben. Ist weg. Lock. Ich lieg direkt für Shot. Cool. Flüssig, immer flüssig. Scheint der zu klappen. Sonst macht sich. Keiner den Aufwand. Gleich, Mutter. Sehr schön. Jo, City. Mühe selber nähert sich das Eichhörnchen. Genau. Sehr schön, damn, damn. Molli Pit. Wahrscheinlich Side. Großes Pit ist gemolli'd. Jo. Alles. Schaut er schon weg. Einer? Einer. Second kann sein. Ich hab Mitte geschaut, nichts. Jo, war ein Apartment. Und. Kleiner Stinkfisch. Jo. Oh, ich bin hässlich. Hä, au. Ich bin richtig hässlich, der hat 4 HP. Oh mein Gott. Mit der MP bewegt mich keiner. Grün nimmst du die mit? Ne, das ist der Film. Er ist super frei. Jo. Komm wieder low. Ja, ich komm aus der Smoke raus. Scheiße. Die werfen die wirklich. Die werfen die wirklich weg. Hallo ihr alten, bl 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 bl. Ja, Dark Souls. Hallo, hallo. Ich smoke einfach mal CT ab und dann geh ich wieder back. So. Ich zieh hier ein bisschen rein. Ich seh das, Diesel. Das ist. Ja, ist ein Boost. Ne. Das ist. Ich molly the big pit. Side. Side einer. Ach jetzt. Hier gar nichts. Zwei. Zwei. Noch einer. Wunder. Euro, dankeschön. Vielen Dank auch für deine Verfolgung. Hallo. Ja, das waren echt zwei. Das da hinten dann auch noch einer kommt, wenn ich grad onside jumpen will wie so ein Beklopfer. Have me back, me gamble. Raiden, mach das. So, lass der Ver... Es sind nicht Air die Person. Ja, Weißt du warum? Der scheiße Werfer, Mann. Richtig. Taira, das ging in die Hose. Ne und zwei in deine. Da hat ein Bienenherz. Bienenherze sind weich. Bienenherzen sind aber ganz schön klein. Nein, das ist auch ganz schön klein, wie geht es, wie steht es, am Ende verschuldet mir mal. Flash pro CT jetzt, ich smoke CT noch mal rein, die Flash CT auch noch mal rein und zwar ab jetzt, das war nicht mein, der eben kam. B-side ist clear, Nate auf CT kommt. Tyra, hast du den gerochen oder was? Nice, den habe ich ja weggeflasht, Tyra, bitteschön. Okay, ich cleare nicht, ich plante direkt. Ja, ich will nicht von CT geholt werden, ohne geplantet zu haben. Ich weiß nicht, warum die beide in CT reinspringen. Man sieht auch in den Kommentaren das Badge, ja. Äh, der steppt schon bei Church. Äh, doch nicht. Okay, aber irgendwer wird hier eine Ubrank bekommen, einfach nur, weil das Game so fucking dumm ist. Ja gut, das vielleicht. Ja, Juhu, ich freue mich schon. Aber ich muss letzter werden, dass das geht, sonst kriegt man keine Ubrank. Da ist ja noch einer. Banane. Banane ist noch, ich glaube, da sind sogar noch zwei, da kam eben noch eine Flash von hinten. Also mit viel Glück nur einer, äh, mit viel Glück. Ja, mich hat Pitt gefimmelt. Lang kommt noch nicht. Nice. Willi, Rose? Es ist nicht Zeit mit Rose. Schmantana, komm, im Livestream. Chillig, 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 chillig. Ich geh mir ein Besen holen. Chillig, 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 chillig. Ich geh mir ein Besen holen. Was? Was, ich? Ja, du Schnabel. Ich warte, ich warte gerade noch drauf. Ja, dieses Spiel, ey. Ich bin gerade gespannt, ob ich gefrankt werde. Ich hab noch nicht geguckt. Was ist das für ein Prank? Geht's jetzt? Geht's jetzt? Das scheiß Spiel ist zu Ende gegangen, Leute. Und es ist nicht so echt die Einzige, die Dicks bekommen. Also doch, ich bekomm mit Hexen. Nein! Was ist das für eine Roste? Digga, warum kriegen die, die drücken keinen Uprank? Leute, das erste Mal in meinem Leben bin ich verdient. Hab ich's noch geschafft? Nessi, bist du noch über mich geschossen? Was? Ich wollte gerade sagen, ich kann keinen Uprank kriegen, aber es hat doch geklappt. Das macht keinen Uprank, dieses Scheiß. Eigentlich hab ich noch mehr. Dazwischen drin hatten wir zwei keine Wins. Und unten drunter kommen noch mal sechs Looses oder so. Also ich war die ganze Zeit... Ich hab auch richtig viele Looses. Ich war durchgehend vor einem riesigen Downrank gestanden. Und jetzt kann... Zwei Looses in der Bachelor Street und ich krieg keinen Uprank. Was ist das? Guck mal, mir gibt Gabe sogar jetzt ein Herz. So von wegen, hey, gönn dir. Es ist tatsächlich geschafft. Der Global ist drin. Vor fünf Jahren, vor sechs Jahren, hab ich aus Spaß Folgendes gesagt. Ihr wisst euch ja früher von der Crack. Counter-Strike Source, ESL-Liga, Platz 1. Ich hab jeden weggepimmelt. Ich war schon ziemlich gut. Aber hier, guck mal, Rekrut Rang 1. Ich hab mich immer stark gegen CSGO ausgesprochen. Deswegen ist es sicherlich umso lustiger, wenn ich jetzt mal eben Platz 1 der Wildrangliste erreiche, innerhalb weniger Spiele. Sowas wie Road to Bad Motherf***er. Und es ging jetzt mal ganz schnell. Hat ja nicht lange gedauert, ne? Doppel-Global muss noch kommen. Yes! Den Global dort bei Wingman hatte ich ja schon, aber der ist ab und an durch Inaktivität fortgeflogen. Auf jeden Fall habe ich damit, also mit diesem Uprank hier generell abzuranken im Matchmaking nicht mehr gerechnet. Das letzte Mal habe ich vor zwei Jahren wirklich versucht, auf den Global zu kommen. Da haben wir auch in den Streams gemeinsam versucht, mich auf Global irgendwie hinzupressen. Aber es ging einfach nicht. Also ich war zwei Jahre lang Supreme und hab damit eigentlich auch abgeschlossen gehabt. Wir haben jetzt zufällig mal wieder Matchmaking gespielt, weil Faceit nicht ging. Also eine Runde Matchmaking und ohne halt wirklich dahinter gewesen zu sein. Ihr habt ja im Video gesehen, ich hab fast nur Losers gehabt die letzten paar Games davor. Ohne es tatsächlich zu versuchen oder es auch überhaupt im Kopf zu haben, kam jetzt der Global rein. Komplett unerwartet. In einer Zeit, in der ich meinen Skill auf jeden Fall als deutlich, deutlich schlecht als Recht bezeichnen würde. Also ich spiele nur noch in den Streams CSGO. Ich spiele sonst überhaupt nicht mehr. Ich habe meinen gesamten Skill wirklich komplett über Bord geworfen. Und jetzt bin ich, glaube ich, in meiner schlechtesten Phase. Standard, CSGO halt. Ja, Road to Bad Mavk ist vorbei. Natürlich kommen noch weitere Videos trotzdem zu CSGO, aber ich, ich, es ist tatsächlich beendet. Also dieses, dieses Projekt, diese Road to Easy Peasy. Ich bin Squeezy. Jetzt ist gleich Livestream, 22 Uhr kommt dran. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fettne Mutter auf die Instagram-Messe. What?